Ihr lieben Freunde meines Kanals, Blizzard hat ein Video veröffentlicht, in dem sie über die Zahlen der Season of Discovery sprechen. Das ist super interessant und das macht Blizzard schon sehr lange nicht mehr wirklich transparent, denn die Zahlen gehen ja eher runter als hoch bei World of Warcraft. Und jetzt gibt es halt dieses Video und ich bin sehr gespannt, welche Zahlen sie uns da drin präsentieren. Geht es da einfach nur darum, möglichst hohe Zahlen zu zeigen oder sind sie auch ein bisschen selbstkritisch? Das Video heißt, welche Fraktion gewinnt Ashenvale? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wir schauen einfach mal gemeinsam rein und ich mache immer zwischendurch Pause und wir quatschen ein bisschen über das, was Blizzard uns da präsentiert. Ja, geht natürlich erstmal super episch los. Okay, es geht also nur um die Zahlen der allerersten Woche, also der Startwoche. Und in der wurden 4,5 Millionen Charaktere erstellt. Ich bin gespannt, ob sie noch sagen, wie viele Spieler das sind, weil allein ich habe irgendwie so sieben Charaktere erstellt. Also sieben Charaktere von den 4,5 Millionen sind meine. Die erste Woche war ja auch ein bisschen geplagt. Auf Living Flame hatten wir teilweise dreistündige Warteschlangen gehabt, was dafür gesorgt hat, dass einige Spieler von Living Flame weggewechselt sind. Lone Wolf und Living Flame waren zwischendurch versperrt für neue Charaktere. Die Allianz war bei uns gesperrt für neue Charaktere. Also eine Menge Spieler haben dann auch die Server gewechselt. Und dementsprechend ist diese Zahl echt super schwammig, finde ich. Meine 4,5 Millionen klingt jetzt nicht schlecht, aber wie viele Spieler sind das? Und wie viele Level 1 Charaktere? Wie viele Charaktere davon haben es dann bis Level 10 geschafft? Oder bis Level 25? Oder wie viele davon sind auch einfach Bankcharaktere? Blah, blah, blah. No sooner are you born than the hunt for runes begins. Between all 9 classes, there are over 100 different runes to discover obtained in various ways. Whether from a quest, a drop, a chest, a vendor, or unique group activity, each rune equates to a new ability to try out. Cumulatively, players have collected 10,205,090 runes so far. But a mere 0,09% of characters have collected all 12 of their classes' runes. Ah, okay. Das zählt jetzt aber für die Charaktere der ersten Woche. Also 10 Millionen Runen sind gefunden worden bei 4,5 Millionen Charakteren. Das macht im Schnitt 2,2 Runen pro Charakter. Die Zahl ist super irrelevant, weil man die überhaupt nicht ins Verhältnis setzen kann. Aber das ist jetzt interessant. 0,1% der 4,5 Millionen erstellten Spielercharaktere haben die zwölf Runen gefunden. Also alle zwölf Runen. Und wir wissen ja, in der ersten Woche brauchte man für die Versorgerfraktion noch wohlwollend, um die Runen da zu kaufen. Und die Ratchet-Quest-Line, also diese drei Quests, die man für den Ratchet-NPC machen muss, um dann dort die Rune zu kaufen, war noch deutlich schwerer, als sie jetzt ist. Denn es gab noch gar nicht genug Gold und Items auf dem Server. Also man konnte jetzt noch gar nicht diese Quest wie heute kaufen. Also jetzt kann man für 30 Gold, wenn man möchte, kann man die Ratchet-Quests auch einfach übers Auktionshaus schnell erledigen. Und sich dann für viereinhalb oder fünf Gold die Rune kaufen, je nach Rufstatus, glaube ich. Und das ging halt in der ersten Woche noch nicht. Also war es total logisch, dass nicht alle Klassen ihre zwölf Runen bekommen. Plus die Hexenmeister-Rune für den Tank, also die Metamorphose-Rune, wurde ja lange Zeit nicht gefunden. Also auch hier klar, dass einfach nicht alle Spieler die Runen alle bekommen konnten. Also das war streckenweise super schwer möglich von den Aufgaben her. Denn auch für die Hexenmeister-Rune musste man ja sehr, sehr viel machen. Also wesentlich mehr als für andere Runen. Be among the first to finish your own collection and you might just discover your new favorite build. That build might involve redefining your class entirely. There have been 509,960 Warlocks, 305,731 Shamans, 473,619 Rogues, and 627,156 Mages created so far. If we exclude Level 1s in order to filter our bank goals and name reserves, 44,3% of Characters you run across are capable of filling an entirely new role. That means your next instance group... Okay. Auch wieder interessant. Okay, also sie haben jetzt da die Level 1 Charaktere rausgerechnet. Aber sagen dann, dass 44% der Spieler in der Lage sind, ihre neue Rolle zu erfüllen. Warte mal, was sagt er nochmal genau? Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Und zwar, 4,5 Millionen Charaktere sind erstellt worden. Knapp die Hälfte davon sind Mages, Hexenmeister, Schurken, Schamanen. Level 1 Charaktere wurden irgendwie rausgerechnet. Keine Ahnung, wie viele das waren. Und das ergibt jetzt 44,3% der Charaktere sind in der Lage, ihre neue Rolle zu erfüllen. Wenn wir davon ausgehen, dass es vier Klassen gibt, die neue Rollen bekommen haben und hier nicht definiert ist, ob dafür auch schon die Runen gefunden werden mussten, um Teil dieser Prozentzahl zu sein, ist diese Zahl einfach super schwammig, soll aber auch wieder möglichst hoch klingen. Okay. Aber wie gesagt, an der Stelle konnten sie Level 1 Charaktere rausrechnen. Das konnten sie bei den erstellten Charakteren jetzt nicht sagen. Okay, 4,5 Millionen Charaktere sind erstellt worden, davon sind aber, keine Ahnung, 500.000 Charaktere auf Level 1 oder sind Bankcharaktere? I don't know. In der Theorie ja, aber in der Praxis hängt überall ein Hunter mit drin, weil Hunter super populär sind und sobald aus einem Dungeon irgendein Teil für Hunter benötigt wird und du schreibst, hey, ich suche einen DPS, melden sich irgendwie gefühlt zehn Hunter. 10% der erstellten Charaktere haben in Woche 1 Level 25 erreicht. Ich hatte ein Stück nach Release, ich glaube, über eine Woche nach Release hatte ich ja ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, hey, es gibt schon eine Menge Level 25 Charaktere und einige von denen würden gerne weiter leveln und warten jetzt auf den Start von Phase 2. Und ich habe diese Spieler als Reinschwitzer bezeichnet und das hat zu einer riesengroßen Debatte unter dem Video geführt, nämlich Spieler, die noch nicht Level 25 waren, haben begonnen so mit Eisenfäusten auf diese Level 25 Spieler drauf zu hauen, weil sie sich irgendwie von denen betrogen fühlen. Die fühlen sich da irgendwie, als würde man ihnen etwas wegnehmen, weil sie noch nicht Level 25 sind. Das war wirklich ein ganz kleiner Kommentar von mir, einfach zu sagen, hey, es gibt einfach ein paar Leute, die haben jetzt BFD gesehen, so die waren in Ashenvale und würden jetzt einfach gerne weiter leveln, weil sie sagen, hey, ich muss jetzt nicht ewig BFD grinden. Oder ich habe vielleicht auch schon 1, 2 gute Items. Und es ist ja erstmal eine okaye Meinung, sage ich mal. Und diese Meinung wurde gekontert, teilweise so hasserfüllt, ich dachte echt, oh mein Gott, was habe ich hier ausgelöst? Ja, 10% der Spielercharaktere haben in Woche 1 Level 25 erreicht, genau wie ich. Und da wäre es auch wieder interessant, jetzt zu wissen, wie viele Spieler haben es eigentlich auf Level 10 geschafft oder auf Level 5 oder sind bei Level 1 hängen geblieben. Ich habe das bei uns in der Gilde irgendwann gesehen, ich habe irgendwann einen Haufen Level 1 Charaktere rausgelöscht aus der Gilde, also aus der Gilde geschmissen, die halt einfach seit 14 Tagen nicht online gekommen sind, die quasi wirklich zum Releasetag sich einen Charakter erstellt haben, sich in die Gilde gesetzt haben und danach nie wieder kamen. Und es gibt wirklich einige Spieler, da sehe ich auch in der Gilde so, die haben mit Level 7 aufgehört. Wer seit 12 Tagen nicht mehr online war und auf Level 7 ist, denke ich, ist die Chance sehr hoch, dass diese Person nicht mehr weiterspielen wird, vielleicht den Server gewechselt hat oder vielleicht auch die Lust verloren hat, weil Classic ist eben nun mal Classic. Also wäre super interessant, diese Zahl auch noch von Blizzard zu bekommen. Wie viele Spiele haben es über Level 10 geschafft? Ding, congrats! Congrats. To date. Das ist eine blöde Aussage jetzt, weil ist es in Woche 1 oder ist es ein paar Tage später? Okay, also 2% der Spieler, wartet mal, sind denn mit Level 25 Spieler gemeint? Wartet mal, wartet mal. Okay, also von den 450.000 Charakteren, die in Woche 1 Level 25 erreicht haben, 86.000 haben den Raid gecleared. Das ist auch eine spannende Zahl. Das ist vor dem Nerf, weil es gab jetzt vor ein paar Tagen ja den Nerf, dass Kelris deutlich mehr Arcan und Schattenschaden erhält. Und das hatte ich in dem Video mit verarbeitet und hatte auch erzählt, dass Kelris halt ein sehr strenger Boss ist für einige Spieler. Und da gab es auch wieder in den Kommentaren Leute, die geschrieben haben, was, der Raid ist super einfach und bei mir auf dem Server, jede Random-Gruppe schneidet da in einer Stunde locker durch. Ich glaube, der Raid ist komplett trash. Ja, also in der ersten Woche zumindest haben nur 86.000 Spieler den Raid gecleared von 450.000 Level 25 Spielern. Und ich glaube, wer es auf Level 25 geschafft hat, der ist schon ein aktiver Spieler, vor allem in der ersten Woche. Also die Zahl ist tatsächlich mal aussagekräftig dafür, dass der Raid eben nicht so super einfach und trash ist, wie einige Spieler das bezeichnen. Das dürfen diese Leute für sich selbst so finden. Also wer sagt, ich sehe da keinen Anspruch oder keinen Reiz im BFD, total okay. Aber ich habe mich so ein bisschen über diese Aussage gewundert, dass durch jede Random-Gruppe diesen Raid safe cleart. Denn das erlebe ich auf Living Flame nicht und es ist immerhin der größte Server in Europa. Oder glaube ich zumindest einer der größten Server in Europa. 3,892,758 PSG. Da bin ich jetzt auf eure Kommentare gespannt. Ich glaube, da werden einige Supersault hier auf diese Aussage reagieren. Denn es gibt einen Streitpunkt in Ashenvale. Das habe ich schon unter den letzten beiden Videos immer wieder in den Kommentaren gehabt. Und zwar, die Horde hat zwei Flugpunkte in Ashenvale. Einmal oben am Strand und dann Splinter Tree Außenposten. Die sind sehr weit voneinander weg. Der eine Flugpunkt ist so nordwestlich, der andere ist sehr weit östlich. Die Allianz hat nur einen Flugpunkt und zwar Astronaut. Ziemlich mittig. Man kann von da aus sehr flexibel überall hin. Aber die Horde hat halt zwei Flugpunkte. Und damit wird zumindest beim großen Showdown des Ashenvale-Events, wird da immer gesagt, hey, da hat die Horde mehr Vorteile. Das erlebe ich persönlich nicht immer, denn auch bei uns auf dem Server Living Flame verliert die Horde einige Ashenvale-Kämpfe. Und ich finde, das Astronaut ist sehr zentral gelegen. Man kommt sehr gut überall von Astronaut aus hin. Aber die Horde hat halt zwei Flugpunkte und das führt natürlich zu Debatten, wer da nun im Vorteil ist. Und ja, die Horde hat ein paar mehr PvP-Kills gemacht in der ersten Woche. Ich glaube, das wird zu Kommentaren führen. Okay, aber damit ist jetzt ja nicht die Frage beantwortet, welche Fraktion Ashenvale gewinnt. Weil es geht ja darum, wer gewinnt das PvP-Event. Denn diese Fraktion bekommt halt den maximalen Ruf aus dem Event. Denn darum geht es ja für viele Spieler, Maximum Ruf zu bekommen, um sich dann die Warsong-Items zu kaufen. Und darum geht es ja den meisten Leuten. Und das sagen sie jetzt nicht. Also wie hoch ist die Win-Rate der Allianz? Wie hoch ist die Win-Rate der Horde, wenn es um das Ashenvale-Event geht? Sie sagen nur, welche Fraktion hat mehr PvP-Kills gemacht? Ja Leute, was sagt uns jetzt dieses Video? Prinzipiell interessant, aber ich habe jetzt da kaum eine Zahl mitgenommen, die ich jetzt echt spannend fand. Also das Einzige, was ich spannend fand, ist, dass ich sag mal im Schnitt 20% der Spielercharaktere, die es in Woche 1 auf Level 25 geschafft haben, auch BFD gecleared haben. Das ist so die einzige spannende Zahl, die ich jetzt daraus mitnehme. Leider erzählt uns Blizzard nicht wirklich, wie viele Spieler hat jetzt eigentlich die Season of Discovery. Das tun sie leider nicht, das können wir jetzt erraten, aber sie präsentieren halt die erstellten Spielercharaktere. Und wie gesagt, ich habe mir sieben Charaktere zum Launch erstellt und viele von euch bestimmt ebenso. Dementsprechend ist diese Zahl super schwammig. Aber naja, immerhin hatten wir so ein bisschen Gesprächsstoff gehabt und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt sie mir gerne unter das Video und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde hier zu einem weiteren Season of Discovery Video auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, heute reingehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.